Der Gipfel der Demütigung – Sex mit einem Callboy In seiner Rolle als Kackkult liebt Andreas es, seiner Freundin Carolin beim Sex mit anderen Partnern zusehen zu müssen. Die Erniedrigung, die er dabei erfährt, törnt ihn mächtig an, verschafft ihm Lust und Zufriedenheit. Doch nicht nur er, auch die extrovertierte Carolin findet an solch besonderen Abenden wie diesen vollkommene Befriedigung. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de